Deutschlands ehemaliger bestbezahlter Manager und teilweise bestbezahlter Manager weltweit. Wendelin Wiedeking errechnet hier ab mit der deutschen Politik und er verteilt Schlatschen an alle, an die Grünen, an die SPD, an die Politik allgemein, an die Feigheit des Managements in Gesamtdeutschland. Und er blickt zurück auf eine wirklich große Karriere. Er hat Porsche wieder groß gemacht. Er hat Porsche wieder nach vorne gebracht. Von 1993 bis 2009 war er Chef des Luxuswagenkonzerns, kurz bevor der Konzern in den 90ern fast pleite gegangen wäre, übernahm Wendelin Wiedeking das Ruder und Porsche hatte damals kein Geld, ihn zu bezahlen als CEO. Also hat man ihm eine Gewinnbeteiligung am Unternehmen versprochen und die hat dazu geführt, dass er 2008 mit über 100 Millionen Euro der bestbezahlte Manager weltweit gewesen ist. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ein großes Interview heute in der Bild am Sonntag. Viele haben es vielleicht gestern schon in der Vorankündigung gesehen. Wendelin Wiedeking, der Ex-CEO von Porsche, rechnet ab mit der deutschen Politik. Er sagt hier, wir verlieren den Großteil unseres Wohlstandes wegen unfähigen Politikern. Seine Angst, die ist begründet. Er sagt hier, Zitat, in Bezug auf die Autoindustrie, die Politik hat Vorgaben gemacht, die unzulässig waren. Man kann sich zwar alles wünschen, aber es muss auch umsetzbar sein. Ich glaube, dass man der gesamten europäischen Autoindustrie zu viel aufgebürdet hat. Man hat sie mit hohen Strafen bedroht. 15 Milliarden Euro soll nächstes Jahr fällig werden, wenn CO2-Vorgaben von der Automobilindustrie nicht erfüllt werden. Man stranguliert den wichtigsten Wirtschaftsfaktor, den Europa hat. Und genau diese Strafzahlungen rücken jetzt überall ins Auge, denn die ganzen Konzerne können ihre Flottengrenzwerte natürlich für nächstes Jahr nicht einhalten, weil sie, wie er hier sagt, fernab der Realität sind. Sie sind praktisch nicht umsetzbar. Wenn man die Physik leugnet, dann kommt am Ende sowas raus bei grüner Politik. Er hat hier wirklich groß vom Leder gezogen, deswegen machen wir direkt weiter. Zitat Wendelin Wiedeking. Man hat Gesetze erlassen, die heute bei vielen Unternehmen zu Konsequenzen führen. Es wird Entlassungen geben, es wird zum Schaden der Menschen sein. Wir verlieren den wichtigsten Wirtschaftsfaktor, den wir haben und damit auch einen Großteil unseres Wohlstandes. Und bis Sie das merken im Berliner Elfenbeinturm der Politik, ist es schon zu spät, nämlich dann, wenn die Steuereinnahmen schon zusammengebrochen sind. Die Warnzeichen seit Jahren, ja, seit Jahren gibt es Anzeichen aus Industrie und von den Unternehmern natürlich viel zu wenige, denn es gibt im Großen und Ganzen eine Mehrheit von feigen Managern. Hier geht es weiter mit Zitat von Herrn Wiedeking. Zu meiner Zeit habe ich mich öffentlich geäußert zu Schieflagen zwischen Politik und Wirtschaft. Das findet heute nicht mehr statt. Ich bedauere das sehr, weil dieser offene Dialog, das Bilden von Meinungen in der breiten Öffentlichkeit wichtig ist. Aber die Wirtschaft signalisiert durch die nicht stattfindende Öffentlichkeitsarbeit, dass man mit allem zufrieden ist, was die Politik vorgibt. Und das ist ein großer Fehler. Denn jetzt geht es darum, die Bürokratie einzuhalten und dafür dann Mitarbeiter einzustellen, die nur Papierstapel von A nach B tragen, um irgendeine Meldepflicht für Brüssel zu erfüllen. Gleichzeitig gibt es gar keine Aufträge für die Produktion. Und diese Mitarbeiter entlässt man dann oder verlagert die Produktion gleich in ein anderes Land. Herr Wiedeking kommt auch über unsere Politiker hierher und konnte dort auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Zitat weiter, wir werden heute von Politikern gelenkt, die im Prinzip über keinerlei wirkliche Berufserfahrung verfügen. Frau Lang von den Grünen hat keine, gucken Sie Herrn Kühnert von der SPD an. Der hat ein abgebrochenes Studium und hat dann in einem Callcenter gearbeitet. Und diese beiden Herrschaften definieren mit, wie Deutschland zu ticken hat. In welchem Land sind wir gelandet? Wir werden gesteuert von Laien, die nichts gelernt und in ihrem Leben auch nichts zustande gebracht haben, außer in der Politik ein großes Wort zu schwingen. Das hat er wirklich super gemacht. Er nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Er ist 72, hat so viel Geld. Ihm kann das alles egal sein. Und doch hat er ein weinendes Auge, wenn er den Niedergang Deutschlands betrachtet. Und weil er hier einen Rundumschlag verteilt, kommen wir jetzt natürlich auch zu Bundeskanzler Olaf Scholz. Der wird bestimmt sagen, Wendelin Wiedeking, habe ich vergessen. Zitat von Herrn Wiedeking. Der Kanzler ist die größte Enttäuschung überhaupt. Ich kenne ihn ja persönlich, habe ihn einige Male getroffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir nicht vorgestellt, dass er so schlecht ist im Regieren eines Landes. Schöner kann man das quasi gar nicht formulieren, ihm einfach die Kompetenz für seinen Job abzusprechen, Herrn Scholz. Herr Wiedeking hat bewiesen, dass er führen kann, dass er wirtschaftlich auch Ergebnisse präsentieren kann. Und es ist dem Unternehmen gelungen, das über Jahrzehnte aufrecht zu erhalten. Und auch Porsche kommt jetzt an seine Grenze, weil die nachfolgenden Manager es auch verschlafen haben. Zu Wirtschaftsminister Robert Habeck fällt Herrn Wiedeking nur Folgendes ein. Ich glaube, wichtig ist, dass die Politiker, die Verantwortung übernehmen, auch Kompetenz haben. Dass sie wissen, wovon sie reden. Und das fehlt mir heute. Ich glaube, das Zurückwünschen ist akademisch. Wir müssen nach vorn schauen. Wir müssen auf starke Persönlichkeiten setzen, die jetzt Sach- und Fachkompetenz haben. Dem Habeck spreche ich diese Sachkompetenz im Sinne von Wirtschaft völlig ab. Jawohl, er hat auch keine. Herr Habeck ist nur völlige Null, eine absolute Niete, wenn es um die Wirtschaftskompetenz dieses Landes geht. Selbst in der Klimakompetenz und beides ist sein Job. Es ist einfach vier Jahre lang Geld zum Fenster rausgeblasen für einen Minister, der den Cent nicht wert ist. Absolut nicht. Hätten Sie auch jemanden von McKinsey da hinsetzen können aus der Unternehmensberatung, Ergebnis wäre das gleiche gewesen. Kosten vermutlich etwas günstiger. Denn McKinsey kostet uns keine Altersversorgung, wenn Sie Ihre Rechnung gestellt haben. Und es geht hier noch weiter. Er hat jetzt hier nochmal etwas in Richtung der Menschen und der Wirtschaft zu sagen. Herr Wiedeking, Zitat, Viele Zuliefererbetriebe kämpfen um die Existenz, viele Maschinenbauer kämpfen um die Existenz, die Stahlwerke kämpfen um die Existenz. Bei uns ist alles so teuer und es ist unübersehbar, wo das alles enden soll. Wir haben Deutschland wirklich angezündet und zwar an allen Ecken gleichzeitig und das halten die Menschen nicht mehr aus. Ich kann nur hoffen, dass die nächste Regierung keine Ampel mehr ist. Also, wir haben Deutschland angezündet. Er findet hier wirklich drastische Worte, aber er hat vollkommen recht damit. Jetzt gibt es hier noch das letzte Zitat von ihm, das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Und dann habt ihr sie alle gehört und könnt ihr mitreden mit dem großen Bild am Sonntagartikel heute. Zitat, Herr Wiedeking, Wir haben heute eine überzogene Politik, die getrieben wird durch grüne Ideologie, die mit Realitätsnähe nichts mehr zu tun hat. Und das ist unser Problem. Die Menschen in diesem Land sind verunsichert, sie haben Zukunftsängste. Und wenn die Politik nicht dramatisch umlenkt, mehr Politik für die Menschen und nicht gegen die Menschen macht und sie auch mal mitnimmt bei ihrem Weg in eine andere Welt, dann haben wir irgendwann ein großes Thema. Er hat es quasi hier wirklich voll auf den Punkt gebracht. Wir werden regiert von Amateuren, die unser Land in Brand gesteckt haben. Unser ganzes Fundament steht sozusagen in Flammen. Das Kartenhaus oben drüber wird bald in sich zusammenbrechen und am Ende ist es keiner gewesen. Und selbst seine ehemaligen Kollegen aus der Wirtschaft sind nur so groß mit Hut, haben keine Koronnes in ihrer Hose. Niemand will sich öffentlich äußern. Der Einzige, der ja ein bisschen Kritik geübt hat, ist der BDI-Chef Russwurm gewesen. Aber es ist völliger Wahnsinn, wie ihr das kennt. Sie sind fernab jeder Realität. Und ich warte nur darauf, bis jetzt die Cancel-Culture über Herrn Wiedeking herfällt und sie ihm unterstellen, er wäre AfD-nah, er wäre rechtsextrem, er wäre Putin-finanziert. Ich wette, irgendetwas werden sie ihm vorwerfen wollen. Dabei ist es einer der deutschen Top-Manager, auf die wir wirklich stolz sein können. Ja, er hat auch vor Gericht gestanden, aber wenn Leute erfolgreich sind, zieht man sie vor Gericht. Und wenn sie nicht erfolgreich sind, zieht man sie auch vor Gericht. Das ist wirklich so. Ihr seht das ja auch in den USA. Da werden Leute vor Gericht gezogen, nur weil sie wirklich wirtschaftlichen Erfolg haben. Verurteilt worden ist Herr Wiedeking nie. Es ging um Marktmanipulation. Immer ein schwieriges Thema, wenn man fast 30 Jahre CEO einer Firma ist, die ganzen Kapitalmarktregeln einzuhalten. Aber da schließt sich wieder der Kreis, die kommen von Laien-Politikern, die überhaupt keine Ahnung von der Realität haben. Die noch nicht mal den Unterschied zwischen Schraube und Nagel wirklich in Worte fassen können. Aber sei es drum, sie sind völlig wahnsinnig. Und damit kann ich nur sagen, abonniere den Kanal, dann verpasst du keines meiner Videos. Ich habe auch X und Telegram für die unzensierten Bilder. Und wenn du die Schnauze voll hast, schau mal bei Auswandern mit Kopf vorbei, meinem neuen Zweitkanal. Und damit sage ich ciao. Bis bald.